So auf geht's hier direkt in das Polizeihauptquartier. Da sollten wir ja das letzte mal rein. Wir erinnern uns die armen Typen aus Big Town wurden entführt und wir haben herausgefunden was die Mutanten jetzt mit dem machen. Dann kann das nicht der Eingang sein. Das ist ja jetzt zu seltsam. Dann gibt es noch einen anderen Eingang. Wahrscheinlich ein nicht so dezent, dann muss das ein Seiteneingang sein. Okay, gucken wir mal hier lang. Das ist ja ulkig. Wo geht's denn hier hin? Gibt's hier vielleicht einen Eingang? Oh doch, erster Stock. Eigentlich können wir versuchen zu schleichen, aber wir sind nicht so gut am Schleichen. Und da können wir auch gleich gucken. Das war, ah, wir sehen es, da ist einer. Wir müssen ja eh entkommen. Wir wissen. Wir wissen. Aber wir haben immer noch zwei hier. Die Frau ist eingesperrt. Okay. Er wird nicht mit uns mitkommen, oder? Ha, 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 ha. Nein. Okay. Wir haben schon alle die kleinen Menschen aus Big Town. Was willst? mehr finden. Irgendwo anders. Scheiße. Ja. Die kleinen Fluter sind überall. Wir schnappen uns. Wie fies. Noch aus. Wir brauchen mehr Gefangene. Wo ist denn das Zuhause? Oh, oh. Die hören sich ja echt fies an. Und die lachen, ist auch nicht so die Wüste, glaube ich. Was? Ich brauche eine neue Kanone. Und zwar eine, die nicht kaputt geht. Und bis in alle Gefangenen schließt. Einer von uns hatte mal ne... ne Fat Man. Das wär's. Das ist cool wie sie sich unterhalten, ne? Ja, dann sei doch ruhig. So, jetzt läuft man wohl rum. Okay. Anscheinend kommt man gleich her. Können wir mal gucken. Ja, ich glaube das wird sowieso auf dem Kampf hinauslaufen. Also vor uns ist jetzt auch nicht das Spiel, wo man dann einfach schleicht und versucht, äh, an dem Gegner vorbeizukommen ungesehen. So, wo man direkt drauf holzt. Wir sehen's hier, ne? Der weg. Der hat's noch nicht gecheckt. Ist auch ganz gut so. Jetzt geh ich erst mal weiter. Komisch. Oh, hier ist sowas drinne. Pfeile. Also ganz ehrlich, da freut man sich ein... Keks. Scheiss. Das hab ich voll zerfetzt, ne? Ja, da hängt er hier so... Aber das liegt daran, dass er abhängig ist. Das hat jetzt nichts mit unserem allgemeinen Gesundheitszustand gerade zu tun. Das geht nicht, verdammt. Was? Wer will sich hier verstecken? Das ist aber falsch gedacht. Das ist jetzt mal ungewöhnlich, wenn du im Alling bist. Oh. Komm hier, legst du das ab. Was wir für dich hatten. Ich glaub, das waren sie jetzt alle. Zumindest meldet sich keiner hier mehr. Das ist schon mal ganz schön. So, den können wir erstmal noch erforschen, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Ah, Munition. Und... Aber man sieht, ne? Den haben wir schon so Ewigkeiten immer wieder und wieder. Munition gekauft und... Ähm... Trotzdem ist sie jetzt komplett alle. Man kann halt echt nicht genug davon haben, zumal die ja so unheimlich viel Munition... Munition brauchen. Ach, scheiße. Und ich muss echt aufpassen, wo ich hin gerade stelle. Ich rechne halt hier nicht damit, dass hier Minen sind. Wer verlegt schon in einem Gebäude Minen? Na ganz ehrlich... Das macht keiner. Aber doch anscheinend schon. Mies, ey. Fiese Sache. Warte mal halt. Hab ich hier was gesehen? Ne. Scheiße. Nicht rechtzeitig genug weggekommen. Ah, hier... Ne. Was war denn hier? Schuss. Chinesische Pistole. Kann man hier erstmal alles mit? Setting... Battles... Nein... Talking... Ah, nicht. Oh, gar kein Treffer. Das wird sowieso wahrscheinlich nichts interessantes drin sein. Hm. Ah, nicht. Das muss doch irgendwas sein. Oh, das. Okay. Schwein gehabt. Spür aufheben. Ach, das wäre für den Safe gewesen. Hm, sehr... Das geht bald in die Hose, wenn es so weiter geht. Ei, 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 ei. Vor allem, ich habe keine Stimpacks mehr. Das ist echt mega bescheiden. Wie soll man das denn machen? Keine Stimpacks mehr. Überall aber noch Minen und so ein Gedöns. Am besten eigentlich mehr aufpassen, ne? Hm. Mehr aufpassen, das hilft. Oh, oh, nee. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Verdammt. Jetzt bin ich schon in die nächste Etage gegangen, ob ich das gar nicht wollte. Halt, schnell wieder zurück. Denn da sind mir zu viele Gegner im Moment. Ah, ich möchte erstmal hier noch ein bisschen rum gucken. Ich habe ja noch gar nicht in jeden Winkel geschaut, bin ich jetzt der Meinung. So spontan. Da hinten sehe ich schon eine Mine. Okay. Den schärfen wir gleich mal. Ha, 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 ha. Damit haben sie nicht gerechnet. Aber warum die alles immer für Minen müssen, verstehe ich nicht. Ja gut, vielleicht so eine Taktik von denen. Wer weiß. So, jetzt habe ich wahrscheinlich ganz akribisch darauf geachtet, dass ich, ähm, diese Mine schaffe und sie übersehe dabei alle anderen, die ringsrum sind. Das kann passieren. Mitunter, ja. Doch, doch, doch. So, was war hier? Ich glaube, das wird schwierig. Da ist einer. Okay, Vorkriegsgeld. Ach, nee, ruhig. Ach, die Bücher. Ach, egal. Verkaufen wir die halt. Oder geben sie irgendwen, der sich darüber freut. Oh, hey, cool. Kaputte Bücher. Yay. Ich mochte sie schon so nicht. Aber kaputt. Gefallen sie mir noch viel besser. Hey. Wer weiß. Es gibt ja für alles Fans, ne? Oh, Verbandskasten. Yay. Das ist wirklich yay. Äh, hoffe ich jetzt zumindest. Das ist ne Falle. Äh, einschaffen bitte. Sehr gut. Was ist denn das Interessantes? Wenn hier schon so ne Falle ist. Hm, höcheln wounzen? Jetzt kann ich die Schreibtisch nicht aufmachen. Was ist das denn? Das ist normale hier. Ist ja komisch. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So, das ist das. Ach, hier ist er. Okay, ist ja komisch, dass man die anderen Schreibtische nicht benutzen kann, ne? Sehr, sehr eigentümlich. Hm. Ist natürlich jetzt komisch. Also wir müssen anscheinend runter, so wie ich das sehe. Bum, 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 bum. Hm, hm. Hm, hm. Ja, ne. Ähm. Das, äh, irgendwas ist hier grad mit den Katzen. Das heißt, dann brech ich heute an dieser Stelle schon mal ab. Sorry dafür, aber ja, es ist jetzt auch nicht so episch kurz. Das heißt, machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Und das wird auf jeden Fall auch spannend. Na gut. In dem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker. Ciao. Ciao.